Hallo zusammen und mal wieder willkommen hier bei mir auf den Balkon. Wir machen heute ein ganz kurzes, kleines Video. Ich weiß, ihr wünscht euch immer größere Videos, sind wir auch dabei. Ein paar Videos, was wir vor kurzem gemacht haben, sind ja auch nicht so schlecht angekommen. Aber heute wollen wir uns mit diesem Video hier ein bisschen bei Freunden von uns bedanken, die uns die letzten Jahre immer wieder unterstützt haben, sowohl sei es bei Messen, sei es auch bei unserem Event, das sind die DSP Airsoft Days. Und das ist TLP. Und TLP hat jetzt auch fast ein Jahr nichts mehr von sich hören lassen. Und aus dem Grund haben sie jetzt einen kleinen Trailer geschnitten und dieser kleine Trailer soll eben der Wiedereinstieg eigentlich wirklich in die aktive Zeit im deutschen Airsoft YouTube sein. Schaut es euch einfach mal an. Wenn es euch gefällt, abonniert die Jungs, abonniert sie auf Instagram, folgt ihnen bei Facebook und wo sie sonst noch überall unterwegs sind. Die Jungs haben es echt drauf und das soll es an der Stelle gewesen sein. Clip-Abo. Es ist jetzt der Moment für uns beide, dass es schwierig ist. So, ähm, ja, wir sind jetzt mit dem ersten Tag durch. Tele-Uhr Frau TRE-Uhr ARC de Militoki Atrium TRE-Uhr TRE-Uhr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020